Ich freue mich sehr, dass ich heute als Referentin des Projekts Sprachförderprofis über meine Erfahrungen zur Professionalisierung von Sprachförderkräften unter Pandemiebedingungen teilen darf. Und möchte auch direkt zum Anfang meinen Dank erstmal an Frau Gued Connelly richten, die mich auch bei der Erstellung dieses Vortrages ganz großartig unterstützt hat und freue mich dann auch darauf, dass meine Kollegin, die hier auch unter den Zuschauenden ist, Rabea Lemmer, mich dann auch bei der anschließenden Diskussion unterstützen wird und gemeinsam werden wir dann ihre Fragen und vielleicht ja auch Anregungen gemeinsam diskutieren. Zum Einstieg in den Vortrag habe ich Ihnen erst einmal ein paar Schlagzeilen mitgebracht, auf die ich ja so die letzten Monate gestolpert bin und die ich gefunden habe und die möchte ich Ihnen jetzt erst einmal kurz zeigen. Erste Schlagzeile hier, Sprachbildung Corona verstärkt Nachteile schon in der Kita. Ganz ähnlich, Sprachförderung Corona verstärkt Bildungsnachteile schon in der Kita. Und eine weitere Schlagzeile ist Lockdown verstärkt Nachteile einiger Schüler und auch hier die durch die Corona-Pandemie verursachten veränderten Schulbedingungen wirken sich insbesondere bei ohnehin benachteiligten Schülergruppen nochmals nachteilig aus, sagen Experten. Ja, also was heißt das jetzt genau? Ja, es scheint, dass die im Bildungssystem benachteiligten Kinder also besonders unter der Pandemie zu leiden scheinen und dazu gehören eben auch Kinder, die das Deutsche als ihre Zweitsprache erwerben. Viele Kinder mit Deutsch als Zweitsprache steht unter Pandemiebedingungen unter anderem aufgrund von Wechselunterricht, aber auch digitalem oder asynchronen Distanzunterricht vermutlich ein deutlich reduziertes Sprachangebot im Deutschen und auch generell weniger Gelegenheit zur deutschsprachigen Interaktion zur Verfügung. Sie erhalten auch generell weniger Rückmeldung zu bearbeiteten Aufgaben, weniger Hilfestellung auch beim Verstehen und Bearbeiten von Aufgaben, sei es durch die Lehrkräfte, durch generell pädagogische Fachkräfte, Eltern oder auch Peers. Durch die bekannten Zusammenhänge zwischen Migrationshintergrund und auch sozioökonomischen Status arbeiten sie häufiger unter ungünstigen Lernbedingungen, ja, was beispielsweise die technische Ausstattung angeht, die Wohnsituation beziehungsweise auch generell die Unterstützungsmöglichkeiten. Es ist auch anzunehmen, dass Sprachförderung, und das ist erstmal ganz egal, ob digital oder in Präzenz, derzeit eben nur sehr eingeschränkt angeboten wird, unter anderem aufgrund dessen, dass eben auch ganz, ganz viele andere Dinge nachgeholt werden müssen, die eben aufgrund der Pandemie liegen geblieben sind. Und dementsprechend Sprachförderung nicht alle förderbedürftigen Kinder erreicht. Ja, da aber die sprachlichen Fähigkeiten, also Sprechen, Verstehen, aber auch das Lesen und Schreiben zu den überfachlichen Kompetenzen zählen, leistet Sprachförderung generell ja einen ganz, ganz, ganz großen Beitrag zur Minderung von Bildungsungleichheit, insbesondere auch nach der Pandemie. Und genau deshalb brauchen wir gut ausgebildete Sprachförderkräfte, die in der Lage sind, den sprachlichen Iststand bei Kindern zu erfassen und ganz gezielt und systematisch die sprachliche Förderung anzugehen. Das heißt, übersetzt, wir brauchen eigentlich Expertinnen für Sprache und genau hier setzt dann auch das Projekt Sprachförderprofis an. Ja, was ist das Ziel meines Vortrages? Ich habe mir als Ziel heute gesetzt, dass ich Ihnen etwas über die Hintergründe des Projekts, aber auch über die Konzeption des Projekts Sprachförderprofis erzählen und berichten möchte. Zum anderen möchte ich mit Ihnen aber auch meine Erfahrungen teilen, die ich während der Umstellung von Präsenzfortbildung auf Online-Fortbildungen sammeln konnte. Ja, das Projekt Sprachförderprofis ist an der Arbeitseinheit für Deutsch als Zweitsprache an der Goethe-Universität Frankfurt unter der Leitung von Prof. Dr. Petra Schulz angesiedelt und schließt sich auch an die vielfältigen Aktivitäten, ja, sowie auch an die verschiedenen Forschungsprojekte an, die an der Arbeit, Arbeitseinheit bisher durchgeführt wurden. Das sind hier die grau unterlegten, aber auch die immer noch durchgeführt werden. Wir als Team sind eine Gruppe von Sprachwissenschaftlerinnen und SprachdidaktikerInnen und forschen auch schon seit ganz, ganz vielen Jahren zum kindlichen Erst- und Zweitspracherwerb, sowie zur Sprachdiagnostik und zur Sprachförderung, aber auch zur Professionalisierung von Sprachförderkräften. Genau, und all dieses Wissen, was wir aus unserer Forschung generieren, möchten wir weitergeben. Ja, das machen wir auch schon seit über zehn Jahren, bieten wir Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte aus Kitas und auch aus Grundschulen von unserer Arbeitseinheit an. Da könnte man sich jetzt auch schon mal so fragen, okay, warum machen wir das eigentlich? Wir machen das, weil wir ganz einfach davon überzeugt sind, dass unser Wissen über das System Sprache und vor allem aber auch unsere Erkenntnisse darüber, wie Kinder eine oder mehrere Sprachen erwerben, für die Sprachförderung in Kita und Schule sehr, sehr hilfreich sind. Und deshalb sehen wir uns auch bis heute dazu verpflichtet, dieses Wissen an die Praxis weiterzugeben und haben uns da auch durch ähnliche Aktivitäten unserer sprachwissenschaftlichen Kolleginnen wie zum Beispiel Frau Tracy oder Monika Rotweiler inspirieren lassen und daraus unseren Ansatz der linguistisch fundierten Sprachförderung entwickelt, den ich Ihnen heute auch noch etwas näher bringen möchte. Ja, bevor ich jetzt im Folgenden auf das Konzept des Projekts Sprachförderprofis eingehen werde, möchte ich an dieser Stelle noch ganz kurz darauf hinweisen, dass es sich bei dem Projekt Sprachförderprofis um ein Praxisprojekt handelt, das in zweierlei Hinsicht wissenschaftlich fundiert ist und auch von uns als SprachwissenschaftlerInnen und SprachdidaktikerInnen durchgeführt wird. Zum einen orientieren sich die Inhalte der Fortbildungsreihe an neuen Erkenntnissen aus der Linguistik und der Spracherwerbsforschung. Das heißt, die Inhalte, die wir unseren TeilnehmerInnen vermitteln, sind linguistisch fundiert und auch spracherwerbstheoretisch fundiert. Und zum anderen orientiert sich das Format der Fortbildungsreihe an den Ergebnissen aus der Forschung zur Wirksamkeit von Fortbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte. Wie ich Ihnen jetzt gleich zeigen werde, haben wir schon erste vielversprechende Evaluation zur Wirksamkeit unseres Ansatzes der linguistisch fundierten Sprachförderung. Und auch die bisherige Resonanz unserer TeilnehmerInnen ist sehr gut, aber eine Evaluation des Projektes steht noch aus. Kommen wir nun also zum Konzept des Projektsprachförderprofis. Wie bereits erwähnt, haben wir uns bei der Konzeption der Fortbildungsreihe sowohl an den wissenschaftlichen Erkenntnissen aus der Linguistik und der Spracherwerbsforschung für die Inhalte orientiert und zum anderen an den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Wirksamkeit von Lehrkräftefortbildung, was das Format der Fortbildungsreihe angeht. Die erste Säule des Konzepts betrifft also unseren Ansatz der linguistisch fundierten Sprachförderung und die damit einhergehenden Inhalte, die wir eben unseren TeilnehmerInnen vermitteln. Aber was genau bedeutet das jetzt und was genau zeichnet so eine linguistisch fundierte Sprachförderung aus? Ja, was linguistisch fundierte Sprachförderung auszeichnet, haben wir jetzt zunächst einmal in sechs Grundsätzen festgehalten. Grundsatz Nummer eins lautet Sprachförderung erfolgt systematisch und spezifisch. Ja, was heißt das Ganze jetzt genau? Ja, dadurch, dass das System Sprache ein ganz, ganz vielschichtiges, aber auch kleinteiliges System ist, was aber in weiten Teilen wirklich regelgeleitet aufgebaut ist und auch der Spracherwerb in vielen Bereichen auf eine ganz systematische Art und Weise erfolgt, sollte man sich genau diese Systematik von Sprache und Spracherwerb für die Sprachförderung zunutze machen. Grundsatz Nummer zwei lautet Sprachförderung orientiert sich am natürlichen Verlauf des Spracherwerbs. Das heißt nichts anderes, als dass für diese regelgeleiteten Bereiche der Sprache oder des Spracherwerbs, wie zum Beispiel der Erwerb der SAT-Struktur, konnten schon ganz, ganz viele Studien belegen, dass die Erwerbsschritte für monolingual deutschsprachige Kinder und auch für DATS-Kinder prinzipiell gleich sind. Und diese Erwerbsschritte, die die Kinder dadurch laufen, die lassen sich durch Sprachförderung letzten Endes beschleunigen, aber sie lassen sich nicht ändern und das ist gut. Denn deshalb kann man wunderbar vorhersagen, welche Fähigkeiten ein Kind als nächstes erwirbt und was man eben folglich als nächstes fördern könnte. Das heißt, damit Sie sich das vielleicht alles ein bisschen konkreter vorstellen können, Wenn ein Kind jetzt beispielsweise bereits Hauptsätze produziert, wie zum Beispiel, ich esse einen Apfel, ist der ganz natürliche nächste Erwerbsschritt, dass die Kinder Nebensätze erwerben. Das bedeutet für Sie, Sie könnten in der Förderung darauf achten, dem Kind ganz viel Input zu Nebensätzen zu geben. Zum Beispiel könnten Sie sich als Förderziel setzen, den Erwerb von Nebensätzen mit der Konjunktion Weil anzubahnen und dann eben ganz, ganz viele Weil-Nebensätze in Ihren Input mit einbringen. Das würde dem Kind auf jeden Fall dazu helfen, dass es eben diese Nebensatzstrukturen durch ihre Unterstützung schneller erwirbt, als es das ohne ihre Unterstützung tun würde. Der nächste Grundsatz ist Sprachförderung knüpft am Sprachstand des Kindes an. Und das ist eigentlich auch schon so ein bisschen das, was ich eben mit eingebracht habe. Wenn man nämlich die Sprachentwicklung eines Kindes gezielt fördern möchte, um genauso ein schönes Förderziel zu formulieren und sich zu setzen, ist es ganz wichtig zu wissen, über welche sprachlichen Fähigkeiten ein Kind bereits verfügt, um da dann eben konkret anknüpfen zu können. Ein weiterer Grundsatz ist, dass Sprachförderung am Kind orientiert erfolgt. Und das ist natürlich etwas, was unsere Sprachförderkräfte und auch unsere Teilnehmerinnen immer am besten wissen. Es geht nämlich letzten Endes darum, dass die Themen und auch die Aktivitäten, die man in der Sprachförderung nutzt, eben zu den Interessen des Kindes passen sollten. Und da haben unsere Teilnehmerinnen und ich bin mir sicher auch alle Sprachförderkräfte, die ich noch nicht kennengelernt habe, ganz wunderbare Ideen, was man da umsetzen kann. Der Grundsatz Nummer fünf ist Sprachförderung nutzt vertraute pädagogische Settings. Das bedeutet eigentlich auch nichts anderes, als dass eine linguistisch fundierte Sprachförderung prinzipiell in jeder Situation genutzt werden kann oder umgesetzt werden kann, indem man letzten Endes mit Kindern ins Gespräch kommt und mit Kindern kommuniziert. Wichtig dabei ist letzten Endes, dass die Freude der Kinder am Sprechen und auch am Zuhören geweckt wird und möglichst dauerhaft erhalten bleibt. Andere Aspekte, über die man sich natürlich auch Gedanken macht, wie zum Beispiel, wie groß sollte die Gruppe sein, wo sollte ich das eigentlich durchführen, in einem Nebenraum oder vielleicht doch irgendwie in einem Raum, wo noch andere Kinder sind, welche Materialien soll ich eigentlich letzten Endes verwenden und was sollte der thematische Rahmen sein, sind aus unserer Perspektive eigentlich eher sekundäre Aspekte. Auch deshalb, weil wir sehen, dass in der Praxis eben diese ganz vielen verschiedenen Formen wunderbar miteinander kombiniert werden können und auch deshalb so eine Entscheidung zwischen additiv und auch alltagsintegriert gar nicht unbedingt erforderlich ist. Kommen wir zu unserem letzten Grundsatz, der, finde ich, das Ganze nochmal schön zusammenfasst. Spracherwerb braucht Zeit und Sprachförderung ganz viel Geduld. Natürlich sind Kinder Meister im Sprachenlernen, das wissen wir alle. Ich finde das immer wieder wirklich erstaunlich, wie schnell Kinder tatsächlich eine Sprache erwerben. Das wünscht man sich doch manchmal wirklich selbst, dass es noch so schnell geht, wenn man eine Fremdsprache erwirbt. Aber trotzdem, Kinder brauchen mehrere Jahre, bis sie eine Sprache erworben haben und vor allem DATS-Kinder brauchen deshalb auch von Beginn an und eigentlich auch die ganze Schulzeit hindurch Sprachförderung. Und die sollte eben im besten Fall auch ganz systematisch am Kind oder am Sprachstand des Kindes anknüpfen. Ja, wir haben uns natürlich dafür interessiert, wie so die Einschätzung unserer TeilnehmerInnen zu der linguistisch fundierten Sprachförderung sind und haben unsere TeilnehmerInnen auch zum Ansatz unserer Fortbildung gefragt. Jeweils am Ende einer Fortbildungsreihe haben wir sie unter anderem gefragt, ja, wie sie glauben, wie sich die Fortbildung auf den Ausbau ihres Wissens zu den Themen Sprache, Spracherwerb, Sprachdiagnostik und auch Sprachförderung ausgewirkt hat. Und ja, da kann man hier schön an der Grafik erkennen, dass die pädagogischen Fachkräfte zumindest von ihrer Einschätzung her ja von unserer Fortbildung wirklich profitieren können und ihren Wissensausbau doch recht hoch einschätzen. Ja, das Ganze haben wir auch hinsichtlich der Auswirkungen der Fortbildung auf die Kompetenzen, Sprachförderung zu planen, umzusetzen, erfragt. Und auch hier haben wir recht positive Reaktionen von unseren TeilnehmerInnen bekommen, die man auch hier anhand der Grafik sehen kann. Auch hier konnten die pädagogischen Fachkräfte wieder die Aussagen wie zum Beispiel in der Planung von Sprachförderung fühle ich mich nun sicherer oder in der Umsetzung von Sprachförderung fühle ich mich nun sicherer auch wieder zwischen 0 trifft nicht zu und 4 trifft voll zu werten. Und ja, ich glaube, hier können wir auch ganz zufrieden sein mit der Resonanz. Was uns aber natürlich besonders freut, ist auch hier diese Säule. Ich habe vor, die Fortbildungsinhalte in meinen Alltag zu integrieren, dass hier auch wirklich die meisten TeilnehmerInnen gesagt haben, ja, das ist sinnvoll. Ich habe jetzt irgendwie was an die Hand bekommen, mit dem ich was anfangen kann. Und ich möchte das Ganze auch nachhaltig in meinen Arbeitsalltag integrieren. Ja, wie bereits angekündigt, am Anfang zeigt auch noch eine recht aktuelle Studie, die sich mit der übergeordneten Fragestellung auseinandergesetzt hat, ob Fortbildungsmaßnahmen zu linguistisch fundierter Sprachförderung wirksam sind, dass der Ansatz, also unser Ansatz eben auch wirklich wissenschaftlich auf festen Füßen steht. Ziel dieser Untersuchung war es, herauszufinden, welche Wirkung eine Fortbildungsmaßnahme zu linguistisch fundierter Sprachförderung zum einen auf die Sprachförderkompetenzen von pädagogischen Fachkräften hat und zum anderen auch auf die Sprachfähigkeiten der sprachlich geförderten Kinder. Und ja, als Ergebnis der Untersuchung kam raus, dass das Fachwissen der pädagogischen Fachkräfte im Bereich Sprache durch eine gezielte Fortbildungsmaßnahme, also durch eine Fortbildungsmaßnahme der linguistisch fundierten Sprachförderung substanziell gesteigert werden konnte und aber auch, dass die sprachliche Leistung der Kinder auch in einem Kernbereich des Deutschen, und zwar der SAT-Struktur, innerhalb von kürzester Zeit sich verbessert haben und sich auch tatsächlich signifikant stärker verbessert haben, ja im Vergleich zu einer Kontrollgruppe, die eben nicht von den Fachkräften fortgebildet wurden, und die an dieser linguistisch fundierten Fortbildung dann teilgenommen haben, zumindest davor. Okay, kommen wir nun etwas genauer auf das Projekt Sprachförderprofis zu sprechen. Bis dato haben wir, das heißt meine Kollegin Rabea Lemmer und ich, seit Mai 2017 knapp 500 pädagogische Fachkräfte in ganz Hessen ausgebildet und haben zusätzlich noch einmal mehr als 270 pädagogische Fachkräfte durch weitere Angebote der Sprachförderprofis, wie zum Beispiel unsere Coachings, erreicht. Ja, und wenn Sie später dann nochmal ein bisschen weiter stöbern möchten und mehr über das Projekt erfahren möchten, können Sie das gerne auch auf unserer Homepage tun oder eben auf der Projektseite des IDEA-Zentrums. Genau, vielleicht auch noch kurz zu dem Hintergrund und auch zu unseren Förderern. Die Sprachförderprofis sind ein Projekt der Goethe-Universität und des IDEA-Zentrums und werden vom Stadtschulamt Frankfurt, der Stiftung Polytechnischen Gesellschaft sowie dem hessischen Kultusministerium und der hessischen Lehrkraft der Akademie gefördert. Und wie Sie sehen, befinden wir uns derzeit in der Mitte der zweiten Förderphase, die noch bis Ende des Jahres 2022 läuft. Genau, durch die Kooperation von Goethe-Uni, IDEA, Stadtschulamt Frankfurt und Stiftung Polytechnische Gesellschaft haben wir hier einen ganz, ganz klaren Frankfurt-Bezug. Aber die Professionalisierung von Sprachförderkräften wird auch in Kooperation mit dem hessischen Kultusministerium und der hessischen Lehrkräfteakademie auf ganz Hessen ausgeweitet. Ja, was sehr besonders ist an dem Projekt Sprachförderprofis ist, dass hier auch modellhaft der Gedanke umgesetzt wird, dass die Sprachförderung, aber letzten Endes auch die Professionalisierung pädagogischer Fachkräfte eine Gemeinschaftsaufgabe ist, und zwar von Land, Bürger, Gesellschaft und der Wissenschaft. Ja, hier jetzt noch ein kurzer Hinweis und vielleicht auch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Während der ersten Förderphase ist in unserer Arbeitseinheit auch dieses Buch hier entstanden, das die Inhalte, die wir in den Fortbildungen vermitteln, auch gut zusammenfasst und mit denen die Teilnehmerinnen den Ansatz der linguistisch fundierten Sprachförderung selbstständig vertiefen können. Das heißt, wenn ich jetzt mit diesem Vortrag Ihr Interesse wecken kann und konnte und Sie vielleicht auch ein bisschen mehr über linguistisch fundierte Sprachförderung erfahren möchten, dann schauen Sie gerne mal in unser Buch vom Sprachprofi zum Sprachförderprofi. Ja, das Projekt Sprachförderprofi verfolgt unter anderem das Ziel, eine Kontinuität von Fördermaßnahmen im Elementar- und auch im Primarbereich zu schaffen, sodass eine durchgängige Sprachförderung für mehrsprachige Kinder zwischen 0 bis 10 Jahren auch hier im Sinne des Bildungs- und Erziehungsplans sichergestellt werden kann. Deshalb werden in dem Projekt Sprachförderprofis auch pädagogische Fachkräfte aus Kitas und aus Grundschulen gemeinsam und systematisch zu linguistisch fundierter Sprachförderung fortgebildet und darin unterstützt, diesen Ansatz ganz flexibel sowohl in Großgruppen als auch in Kleingruppen für Kinder mit besonderem Sprachförderbedarf, also insbesondere Kinder mit DATS, umzusetzen. Ja, unser Slogan ist vom Sprachprofi zum Sprachförderprofi, aber ja, was bedeutet das eigentlich und was machen wir denn da? Ja, durch die Fortbildungsmaßnahmen begleiten wir sozusagen unsere Teilnehmerinnen vom Sprachprofi zum Sprachförderprofi. Ja, Sie können sich das froh vorstellen, Sie sind in Ihrer Erstsprache ein Sprachprofi, denn ich bin mir ganz, ganz sicher, dass Sie alle intuitiv ganz genau wissen, wann ein Satz grammatikalisch richtig ist oder wann er falsch ist oder wenn Sie ein Wort hören, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass Sie relativ schnell darüber entscheiden können, okay, gehört das jetzt zu meiner Erstsprache oder eben nicht. Und wenn wir uns jetzt einmal diese wirklich sehr niedlichen und kreativen Äußerungen hier anschauen, die kindlichen Äußerungen anschauen, bin ich mir auch sehr sicher, dass viele von Ihnen zunächst einmal die Stirn runzeln werden und sich fragen, hm, ektische Zahnbürste, also irgendwie da fehlt doch was oder ein Stift mit Flügeln, ne, sowas gibt es doch eigentlich gar nicht und wenn nur im Fernsehen. Und da kann ich sagen, ganz genau, Sie haben hier intuitiv erkannt, dass diese Äußerungen eben noch nicht zielsprachlich sind, also nicht so geäußert wurden, wie es zum Beispiel Erwachsene Erstsprachlernerinnen des Deutschen tun würden. Aber macht uns das Erkennen nicht zielsprachlicher Äußerungen auch direkt zu einem Sprachförderprofi? Und die Antwort darauf lautet leider erst mal Nein, denn ein Sprachförderprofi könnte hier jetzt ganz genau beschreiben, an welchen sprachlichen Phänomenen diese Kinder gerade arbeiten. Schauen wir uns mal diesen eingerahmten, dieses eingerahmte Beispiel etwas genauer an. Was können wir hier entdecken? Ganz schön viel. Wir sehen, dass das Kind bereits weiß, wie man eine Frage bildet. In diesem speziellen Fall ist es eine Warum-Frage. Es hat das Fragewort Warum an den Anfang des Satzes gestellt und hat auch mit dieser Frage versucht, irgendwie einen Zusammenhang zwischen Auto, Benzin und Fahren herzustellen. Also wir wissen auf jeden Fall, was das Kind von uns möchte. Was dem Kind jetzt noch nicht so gut gelingt ist, zum Beispiel, dass das Verb noch nicht an der richtigen Stelle in der Frage steht. Nämlich an der zweiten Position sollte ja hier eigentlich das Verb stehen und dass wir auch noch keine Änderungen an dem Verb erkennen können. Denn die Frage würde ja vermutlich lauten, warum fährt das Auto überhaupt mit Benzin? Das heißt, ein Sprachförderprofi weiß, wie das System Sprache aufgebaut ist und auch welche Komplexität dahinter steckt. Ein Sprachförderprofi weiß auch, wie sich Kinder ihre Erstsprachen bzw. Zweitsprachen aneignen, wie der Sprachstand von ein- und mehrsprachigen Kindern adäquat erfasst werden kann und wie Sprachförderung, Lerner und auch zielorientiert geplant, umgesetzt und reflektiert wird. Und zudem nimmt ein Sprachförderprofi auch stets eine kompetenzorientierte Perspektive auf den Spracherweb an. Wie schon zu Beginn des Vortrags gesagt, brauchen wir Expertinnen für Sprache, also Sprachförderprofis. Und gerade jetzt ist es unabdingbar, wirklich gut ausgebildete Sprachförderkräfte zu haben, die eine systematische und auch gezielte Sprachförderung durchführen können, um die Nachteile von Kindern mit besonderem Sprachförderbedarf aufzufangen und auch nicht noch größer werden zu lassen. Ja, kommen wir nun zur zweiten Säule unseres Konzepts, nämlich dem Fortbildungsformat. Bei der Konzeption der Fortbildungsreihe haben wir uns, wie bereits gesagt, an aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Wirksamkeit von Lehrkräftefortbildungen orientiert. Aber was genau zeichnet denn jetzt gute Fortbildungen aus? Eine Erkenntnis aus der Forschung zur Wirksamkeit von Lehrkräftefortbildungen ist, dass Fortbildungen dann besonders wirksam sind, wenn die Vermittlung wissenschaftlich fundierter Inhalte im Fokus der Fortbildung steht. Und ich denke, das habe ich Ihnen jetzt schon ganz gut vermittelt, dass insbesondere unsere Inhalte hier linguistisch und spracherwerbstheoretisch fundiert sind. Außerdem haben sich Fortbildungen dann als besonders wirksam gezeigt, wenn pädagogische Fachkräfte über einen längeren Zeitraum begleitet wurden und auch ausreichend Zeit für die Vor- und Nachbereitung der Fortbildungsinhalte sowie zur Reflexion derselben zur Verfügung hatten. Ein weiteres Merkmal wirksamer Fortbildungen ist auch eine ganz, ganz enge Verzahnung von Theorie und Praxis, wie zum Beispiel durch die Implementierung von Erprobungsphasen, Feedback und oder Coachings. Des Weiteren haben sich Fortbildungen auch dann als besonders wirksam gezeigt, wenn die Praxiserfahrung, aber auch Praxisbeispiele der Teilnehmerinnen systematisch in die Fortbildung mit eingezogen wurden, wenn ausreichend Zeit zur Zusammenarbeit und zum Austausch mit Kolleginnen zur Verfügung steht und auch wenn die Referentinnen wissenschaftlich qualifiziert sind, das heißt auch tatsächlich Unimitarbeiterinnen sind, also wissenschaftliche Mitarbeiterinnen aus einer Universität und zu guter Letzt trägt auch eine Kommunikation auf Augenhöhe zwischen Referentinnen, aber auch, also zwischen Referentinnen und Teilnehmerinnen, aber auch unter den Teilnehmerinnen zu einer großen Wirksamkeit von Fortbildungen bei. All diese verschiedenen Erkenntnisse aus der Forschung zur Wirksamkeit von Fortbildungsmaßnahmen haben wir in unser Fortbildungsformat eingebaut und das möchte ich Ihnen nun im Folgenden zeigen. Insgesamt besteht die Fortbildungsreihe Sprachförderprofis aus vier Bausteinen, die alle aufeinander aufbauen, nämlich aus den Modulen Linguistische Grundlagen, Erst- und Zweitspracherwerb, Sprachstandserfassung und auch Sprachförderung. Um eine größtmögliche Wirksamkeit und auch Nachhaltigkeit dieser Fortbildungsmaßnahmen zu gewährleisten, finden diese Fortbildungen eben nicht als isolierte Fortbildungsreihe statt, sondern erfolgen in ganz verzahnten Vermittlungsumsetzungen und auch Reflexionsphasen. Und dabei begleiten wir unsere Teilnehmerinnen auf ihrem Weg vom Sprachprofi zum Sprachförderprofi auch über einen längeren Zeitraum. Am Ende einer Fortbildungsreihe erhalten unsere Teilnehmerinnen auch ein Sprachförderprofi-Zertifikat. Wie viel Zeit wir für ein Modul aufbringen und wie viel Zeit auch zwischen den Modulen liegt und welche Themen wir grob in den verschiedenen Modulen behandeln, möchte ich Ihnen auch nun anhand eines zeitlichen Ablaufs einer Fortbildungsreihe zeigen. Das Modul Nummer 1, linguistische Grundlagen, ja, dafür haben wir in den Präsenzveranstaltungen einen halben Tag eingeplant und auf diesen halben Tag folgt dann eine Praxisphase von circa vier Wochen. Schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. In Modul 1 besprechen wir mit unseren TeilnehmerInnen unter anderem, was Sprache eigentlich ist. Jetzt gehen auch verschiedene Spracherwerbstypen ein, also DAM, DATS, gibt es vielleicht auch verschiedene Spracherwerbstypen bei DATS und geben auch einen ersten Einblick in die verschiedenen Erwerbsbereiche, wie zum Beispiel dem Erwerb von Grammatik. Genauer gesagt schauen wir uns an, wie monolinguale und auch monolinguale Kinder und Kinder mit DATS die Satzstruktur des Deutschen erwerben. Dasselbe machen wir auch für den Erwerb des Lexikons, also den Wortschatz. Wir reden aber auch über die verschiedenen sprachlichen Ebenen, die Sie hier auf unserer Sprachtonne wunderbar erkennen können. Und am Ende des ersten Fortbildungstage, das haben die TeilnehmerInnen wirklich eine gute Vorstellung davon, wie interessant, aber auch gleichzeitig komplex das System Sprache ist. Und wir haben hier einen guten Grundstock für die weiteren Fortbildungstage gelegt. Zudem ist das einführende Modul, also die linguistischen Grundlagen, auch deshalb sinnvoll und sehr, sehr wichtig, um auch ein gemeinsames Vokabular zu finden. Ja, in der ersten Praxisphase sollen die erborbenen Kenntnisse aus dem Modul 1 aus der Fortbildung gefestigt und auch selbst im Alltag erprobt werden. Und deshalb bekommen die pädagogischen Fachkräfte auch immer kleine Hausaufgaben von uns auf. Und in der Praxisphase 1 ist die Hausaufgabe, dass die pädagogischen Fachkräfte eine Sprachbiografie von zwei Kindern in ihrer Einrichtung erfassen sollen. Zur Nachbereitung erhalten die pädagogischen Fachkräfte zudem auch noch einen kurzen Text, der die Fortbildungsinhalte des Moduls 1 noch einmal zusammenfasst und auch vertieft. Ja, und wenn Sie wissen möchten, was genau hinter so einer Sprachbiografie steckt, freue ich mich, wenn wir uns dann später auch noch mal in dem Praxisteil sehen, da wir dort auch die Fragen besprechen werden, die zum Erfassen einer solchen Spracherwerbsbiografie wichtig sind. Ja, nach circa vier Wochen geht es dann mit Modul Nummer zwei weiter, wo wir tiefer in das Thema Erst- und Zweitspracherwerb eintauchen. Und auch an dieses Modul schließt sich wieder eine Praxisphase an, die ja circa wieder vier Wochen dauert. Im Modul zwei konzentrieren wir uns auf den Erst- und Zweitspracherwerb und stellen insbesondere die Bereiche Grammatik und Lexikon für den Erst- und Zweitspracherwerb gegenüber. Das heißt, wir schauen, was die Gemeinsamkeiten sind und wo auch die Unterschiede liegen. Zum anderen reden wir aber auch über das Thema Mehrsprachigkeit mit all seinen Mythen, Fakten und Phänomenen. Und diese zwei Mythen habe ich Ihnen hier mal mitgebracht. Die sind Ihnen ja vielleicht auch schon mal in Ihrer Praxis oder in Ihrem Alltag begegnet. In der Praxisphase Nummer zwei soll natürlich auch die Inhalte des Moduls wieder vertiefen und auch die Teilnehmerinnen für die verschiedenen Phänomene im bilingualen Erwerb, aber auch im monolingualen Erwerb sensibilisieren. Und deshalb bekommen die Teilnehmerinnen wieder eine kleine Hausaufgabe auf, bei der Sie beispielhafte Äußerungen von Kindern aufschreiben sollen, die Sie im Alltag hören und spannend finden. Und das ist dann natürlich auch etwas, was gerade für uns Referentinnen immer wieder schön zu sehen ist, über welche sprachlichen Äußerungen sich unsere Teilnehmerinnen Gedanken machen, worüber sie stolpern. Und genau diese Äußerungen sind dann auch wirklich wunderbare Anknüpfungspunkte für die weiteren Module und häufig auch eine ganz, ganz wunderbare Diskussionsgrundlage. Ja, wieder vier Wochen später, nach Modul zwei, folgt dann Modul drei, bei dem wir uns näher mit der Thematik und Methodik von Sprachstandserhebungsverfahren auseinandersetzen. Und auch für dieses Modul ist regulär, also in den Präsenzveranstaltungen, ein Tag eingeplant, da sich aus unserer Erfahrung auch häufig zeigt, dass pädagogische Fachkräfte insbesondere in diesem Gebiet, ja, dass sie viele Unsicherheiten mitbringen. Und deshalb schließt sich an Modul drei eben nicht nur eine weitere Praxisphase an, sondern auch ein Coaching, das die Teilnehmerinnen wahrnehmen können, wie wir sie da eben auch nochmal eben insbesondere in dieser Thematik, Sprachdiagnostik weiter unterstützen. Wie genau sieht das Ganze aus? Es geht also im Modul darum, die Ziele, aber auch die Zielgruppen von Sprachstandserhebungsverfahren näher kennenzulernen. Das heißt, wir schauen uns unter anderem an, welche Ziele verschiedene Sprachdiagnoseinstrumente verfolgen und für welche Zielgruppen sie ausgerichtet sind. Und dabei gehen wir auch auf die Herausforderungen und Chancen ein, die solche Diagnoseinstrumente mit sich bringen, aber auch auf die Herausforderungen, die die Teilnehmerinnen mitbringen, um da eben auch nochmal ganz, ganz viel Raum für Austausch, für Fragen, ja, eben zu schaffen. In der Praxisphase drei sollen die pädagogischen Fachkräfte dann auch selbst eine standardisierte Sprachstandserhebung mit einem Kind aus ihrer Einrichtung durchführen. Als Beispiel habe ich hier jetzt auch mal diese Datz mitgebracht. Das kennen sicherlich schon einige von Ihnen. Ich habe vorhin schon mal in die Teilnehmerinnenliste geschaut und habe auch schon mit Freude festgestellt, dass einige ehemalige Teilnehmerinnen heute dabei sind. Genau, diese Datz ist deshalb auch, ja, besonders bekannt. Da ist das erste deutschsprachige Instrument, das das eben getrennte Normen für Datzkinder vorweist und es eben auch die Kontaktdauer zum Deutschen berücksichtigt und auch das Alter bei Erwerbsbeginn, ja, hier für die Datzkinder berücksichtigt wird. Ja, wie gesagt, nach Modul 3 gibt es eben nicht nur die Praxisphase, sondern wir bieten hier auch noch unsere Coachings an. Das Ziel unserer Coachings ist, ja, die pädagogische Professionalität unserer Teilnehmerinnen zu steigern. Genau, wir begleiten hier unsere Teilnehmerinnen dabei, auch verschiedene Handlungsmuster und Routinen in der Sprachförderung zu reflektieren und damit sie eben auch wirklich ganz klar sagen können, warum sie die Sachen machen, die sie jetzt gerade machen und das Ganze dann eben auch wirklich in professionelles Handeln zu überführen. Dabei sind die Themen, die wir in unseren Coachings besprechen, ganz, ganz unterschiedlich und ganz, ganz vielfältig. Ja, beispielsweise war ich jetzt am Montag bei einer Teilnehmerin und habe gemeinsam mit ihr Sprachfördermaterialien in ihrer Einrichtung gesichtet und kategorisiert. Am kommenden Montag bin ich in einer Kita unterwegs und begleite pädagogische Fachkräfte bei der Durchführung von dieser Datz und auch bei der Interpretation der Ergebnisse. Das heißt, wir unterstützen die Teilnehmerin wirklich auf ganz, ganz unterschiedliche Art und Weise in unseren Coachings, zum Beispiel bei der Vertiefung der Fortbildungsinhalte, bei Durchführung und Interpretation von Sprachstandserhebungen, bei der Auswahl und Analyse von Sprachfördermaterialien, aber auch bei der Planung, Durchführung und Reflexion von Fördersequenzen. So, dann sind wir auch schon wieder circa vier Wochen später und dann folgt auch schon das letzte Modul, nämlich das Modul Sprachförderung. Ja, auch für dieses Modul haben wir wieder einen ganzen Tag angesetzt und anschließend an dieses Modul gibt es auch wieder eine Praxisphase und die Möglichkeit eines Coachings. Im Modul vier zur Sprachförderung ist die zweite Hälfte des Tages dafür vorgesehen, dass die Teilnehmerin in kleinen Gruppenfördersequenzen orientiert an einem Förderziel erstellen. Es bleibt aber jetzt nicht nur bei diesem ersten Schritt, sondern die Teilnehmerinnen führen ihre Fördersequenz dann auch in der Großgruppe durch und wir reflektieren diese Fördersequenz dann auch gemeinsam. In der ersten Hälfte des Tages stellen wir den Teilnehmerinnen auch verschiedene, zum Teil auch wissenschaftlich fundierte Methoden vor, die sie für die Sprachförderung eben nutzen können, aber auch Materialien zur Sprachförderung, die sie dann auch in ihre Fördersequenzen aufnehmen können und nutzen können. Ja, in der Präsenzveranstaltung bitten wir unsere Teilnehmerinnen auch darum, dass sie ihr eigenes Material aus der Einrichtung mitbringen. Wir haben hier zwar auch einen Raum, wo wir ganz, ganz viele unterschiedliche Sprachfördermaterialien bereitstellen können, aber das ist dann natürlich auch wieder für uns schön zu sehen, was wird mitgenommen, warum ist das jetzt gerade interessant für die Teilnehmerinnen, an was liegt das und da eben auch wirklich nochmal so einen Einblick in die Praxis zu bekommen, woran die Sprachförderkräfte da gerade gedacht haben, als sie sich das eine besondere Sprachfördermaterial aus dem großen Materialschrank herausgezogen haben. Ja, in der letzten Praxisphase geht es dann noch einmal darum, die neuen Erkenntnisse zu vertiefen und für ein Kind aus der Einrichtung ein Förderziel zu formulieren und auch eine passende Fördersequenz zu erstellen. Und dabei begleiten wir dann eben auch unsere Teilnehmerinnen häufig durch ein Coaching und reflektieren auch das eigene sprachförderliche Handeln und auch die Sprachfördersequenz an sich. Ja, so und wenn jetzt nun alle Module, die Praxisphasen, die Coachings etc. durchlaufen wurden, haben wir unsere Teilnehmerinnen dann über eine Gesamtdauer von circa sechs bis neun Monaten begleitet. Es ist aber auch so, dass ganz, ganz viele Teilnehmerinnen, die schon vor zwei oder drei Jahren an der Fortbildung teilgenommen haben, uns auch noch heute anrufen und uns um Rat bitten. Und das ist natürlich auch irgendwie schön zu sehen, dass man eben in den Köpfen der Teilnehmerinnen auch weiterhin präsent ist und auch wirklich nach längerer Zeit immer noch eine Anlaufstation für Fragen rund um das Thema Sprachförderin ist und eben hier auch als Expertin geschätzt wird. Und wenn man sich jetzt hier an dieser Stelle auch etwas wünschen dürfte, wäre es natürlich schön, wenn man auch genau so eine Stelle irgendwie verstetigen könnte. Ja, um herauszufinden, wie unsere Teilnehmerinnen dieses Format der Sprachförderprofis Fortbildung finden, haben wir sie zu verschiedenen Dingen befragt. Zum einen, ob genug Raum für eigene Fragen und Interessen gegeben wurde, aber auch wie zufrieden sie mit der methodischen Gestaltung der Fortbildung waren oder aber wie sie mit der Stimmung in der Fortbildung klargekommen sind, ob sie die als angenehm empfanden oder eben nicht. Und wie man hier anhand der Grafik sehen kann, fällt die Einschätzung der Teilnehmerinnen bezüglich des Formats der Fortbildungsreihe sehr positiv aus. Und auch die direkte Rückmeldung unserer Teilnehmerinnen zur Fortbildungsreihe zeigt, dass die Sprachförderkräfte von unserer Fortbildungsreihe profitieren. Ich habe Ihnen hier mal drei direkte Rückmeldungen mitgebracht. Zum einen, ich habe jetzt etwas an die Hand bekommen, was ich mit jedem Kind machen kann. Das gibt mir Sicherheit. Aber auch, ich bin sensibilisiert, im Alltag auf Sprache zu achten. Oder hier auch nochmal eine sehr, sehr schöne Rückmeldung. Das Konzept Kita Grundschule finde ich super. Ich habe viel von Ihnen und meinen Kolleginnen gelernt. Und das ist natürlich auch nochmal wirklich schön zu sehen, dass hier der Austausch so stattgefunden hat, dass man auch wirklich nochmal die Kolleginnen und die anderen Teilnehmerinnen hier auch wirklich hervorhebt. Ja, jetzt ist es nun mal so, dass wir uns seit fast anderthalb Jahren in einer weltweiten Pandemie befinden und wir uns diesbezüglich natürlich auch Gedanken machen mussten, wie wir unsere Fortbildung oder das Format unserer Fortbildung ändern können, damit wir weiterhin Sprachprofis zu Sprachförderprofis ausbilden können. Und ich erinnere mich noch sehr gut an die letzte Fortbildung in Präsenz am 4.3.2020. Das war eine ganz neue Fortbildungsgruppe, die ich an diesem Tag zum ersten Mal kennenlernen durfte. Und kurz darauf begann ja auch schon der letzte Lockdown, weshalb wir dann hier an der Goethe-Universität auch keine externen Gäste mehr empfangen durften und dementsprechend die Präsenzfortbildung eben hier auch nicht mehr stattfinden konnten. Und das hieß dann eben auch für uns, okay, jetzt gehen wir online. Und das hat aber auch alles ziemlich gut und schnell geklappt, sodass ich die Gruppe, die ich bereits Anfang März kennengelernt habe, schon Anfang Mai weiter fortbilden konnte und zwar dann eben in unserem Online-Format. Was mich besonders gefreut hat, ist, dass keine der Teilnehmerinnen abgesprungen ist und wir auch von Beginn an ja für die weiteren Fortbildungsrunden Teilnehmerinnen gewinnen konnten. Und das zeigt auch wirklich hier nochmal, wie motiviert und auch engagiert die pädagogischen Fachkräfte dabei sind, die sich auch für diese Fortbildungsreihe anmelden. Genau, insgesamt konnten wir feststellen, dass die durchschnittliche Anzahl der Teilnehmerinnen pro Fortbildungsgruppe im digitalen Format, also hier, tatsächlich bis dato höher ist als in Präsenz. Und das ist natürlich auch nochmal irgendwie eine schöne Rückmeldung. Das bedeutet ja auch irgendwie, dass wir jetzt nicht ganz daneben liegen mit unserem digitalen Fortbildungsformat der Sprachförderprofis. Genau, aber was haben wir denn nun im digitalen Fortbildungsformat erneuert? Was ist neu? Die größte Veränderung betrifft tatsächlich den zeitlichen Rahmen. Wir kennen das ja mittlerweile alle. Wir sitzen seit Beginn der Pandemie längere Zeit vor dem Laptop und verbringen auch täglich mehrere Stunden in Zoom-Teams oder Big-Blue-Button-Meetings. Und zumindest ich merke, dass nach vier Stunden dann auch einfach die Luft raus ist und man dann irgendwann nicht mehr kann. Und deshalb haben wir für das digitale Fortbildungsformat zunächst ja alle Module auf vier Stunden angesetzt. Das heißt, wir haben jetzt vier mal vier Stunden. Da dadurch natürlich die reine Working Time etwas geringer ist, bekommen die Teilnehmerinnen zur Vorbereitung jeweils einen ganz kurzen Text und auch ein Handout bereits eine Woche vor Fortbildungsbeginn zugeschickt. Sie erinnern sich daran, die Texte gab es in der Präsenzveranstaltung immer als Nachbereitung. Ja, es ist jedoch zu bedenken, dass trotz der geringeren Working Time Pausen und auch Austauschzeiten ganz, ganz wichtig sind und deshalb auch hier genug Raum geschaffen werden muss beziehungsweise auch neue Räume geschaffen werden müssen, ja, um eben genau dies zu ermöglichen. Ein großer Unterschied zu den Präsenzveranstaltungen ist auch, dass wir vermehrt mit Fallbeispielen arbeiten und die Beispiele aus der pädagogischen Praxis jetzt ergänzend nutzen. Ja, damit möchten wir einfach sicherstellen, auch dass alle Teilnehmerinnen, auch solche, die während der Hochzeiten der Pandemie vielleicht gerade nicht im Kinderdienst waren und eben auch die Hausaufgaben vielleicht nicht direkt durchführen konnten, eben auch von den Überlegungen und Aufgaben rund um die Fallbeispiele dann profitieren konnten. Was sich auch geändert hat, ist, dass die Coachings mittlerweile auch wunderbar über Zoom funktionieren und von uns jetzt als Hybridmodell angeboten werden. Das heißt, teilweise finden die Coachings digital statt, aber auch vor Ort und das natürlich unter Einhaltung der RKI-Mitlinien. Ja, es hat sich aber nicht alles geändert. Einige Dinge sind auch gleich geblieben und dazu gehören unter anderem die Hausaufgaben, die die Teilnehmerinnen von uns aufbekommen, um die Fortbildungsinhalte weiter zu vertiefen und auch die neuen Kenntnisse in der Praxis zu erproben. Und natürlich ist auch die Besprechung der Hausaufgaben zu Beginn der darauffolgenden Fortbildung ein wichtiger Bestandteil, den wir weiterhin im digitalen Fortbildungsformat nutzen, beziehungsweise die Teilnehmerinnen dann eben auch bei der Umsetzung zum Beispiel durch die Coachings begleiten. Ja, jetzt, wo die Sprachförderprofis auch schon eine Zeit digital unterwegs sind, hat es uns als Wissenschaftlerinnen natürlich auch sehr interessiert, wie unsere Teilnehmerinnen dem digitalen Fortbildungsformat gegenüberstehen. Und deshalb haben wir sie auch gefragt, welche Einstellungen sie gegenüber dem digitalen Fortbildungsformat vor der Fortbildungsreihe Sprachförderprofis hatten. Und ich finde, man sieht hier sehr gut an der Grafik, dass die Teilnehmerinnen hier wirklich generell hochmotiviert sind und ja auch nicht vor diesen neuen Umständen zurückschrecken und wirklich nur sehr wenig Skepsis von Anfang an gegenüber dem Online-Format vorhanden war. Und ja, diese Einschätzung haben wir auch deshalb bestätigt bekommen, weil, wie bereits erwähnt, wirklich keine Absagen aufgrund des digitalen Fortbildungsformats ja irgendwie erhalten, wir erhalten haben und dass auch wirklich keinerlei Dropouts nach Fortbildungsbeginn verzeichnet wurden. Also, dass eben keine Teilnehmerinnen ja abgesprungen sind. Genau, und dann habe ich Ihnen hier auch nochmal eine weitere Grafik mitgebracht, aus der die Einstellung der Teilnehmerinnen zum digitalen Fortbildungsformat nach der Fortbildungsreihe Sprachförderprofis ersichtlich wird. Und was hier, finde ich, schön zu sehen ist, dass die wenigen pädagogischen Fachkräfte, die vorher vielleicht doch noch ein bisschen skeptisch waren, konnten wir für unser digitales Fortbildungsformat gewinnen, sodass am Ende auch alle sehr glücklich waren, wie die Inhalte der Fortbildungsreihe letzten Endes vermittelt wurden. Also, hier hatten wir gefragt, die Inhalte der Fortbildungsreihe wurden auch im digitalen Fortbildungsformat gut vermittelt und hier haben wir jetzt tatsächlich drei Viertel der Teilnehmerinnen, die hier auch voll zu bewertet haben und ein Viertel ungefähr der Teilnehmerinnen, die trifft eher zu bewertet haben und keine Teilnehmerinnen mehr, die hier eine negative oder negativere Reaktion geäußert haben. Was uns besonders wichtig war bei diesem digitalen Fortbildungsformat, ist, dass wir eben diese Praxis-Theorie-Verzahnung weiterhin im Blick haben. Das war uns ganz, ganz wichtig, weil auch das wirklich etwas ist, was die Sprachförderprofis auszeichnet und deshalb hat es uns umso mehr gefreut, dass wir auch hier nochmal positive Reaktionen von unseren Teilnehmerinnen erhalten haben, die auch wirklich schön sind. Ich lese jetzt mal eins vor. Ich fand das Webinar wirklich gut, und insbesondere fand ich den praktischen Anteil viel höher als gedacht. Okay, zum Schluss möchte ich auch noch kurz auf unsere Lessons learned eingehen, also die Sprachförderprofis online. Ja, wie immer im Leben gibt es positive und negative Aspekte. Ich möchte aber zunächst erst mal auf die positiven Unterschiede eingehen, die das neue Format im Vergleich zur Präsenzveranstaltung mit sich bringt. Zum einen ist es natürlich eine Zeitersparnis. Ich habe Ihnen am Anfang gezeigt, dass meine Kollegin Frau Lemmer und ich in ganz Hessen unterwegs sind, um Lehrkräfte vorzubilden. Hier ist natürlich die Zeitersparnis, dass wir zum Beispiel nicht mehr nach Kassel fahren, nach Fulda fahren, nach Weilburg fahren. Wir haben noch ganz viele andere Anfahrtsorte. Das ist für uns natürlich schön, aber es ist natürlich auch für die Teilnehmerinnen eine Zeitersparnis, da sie ja auch nicht mehr zum Teil zu uns hier an die Uni kommen müssen. Ein weiterer Punkt, der uns von den Teilnehmerinnen auch zurückgemeldet wurde, ist, dass diese zeitlich flexible, insbesondere Vorbereitung auch sehr, sehr gut ist, dass es dadurch eben auch mit anderen Aufgaben, die generell auch auftreten, sehr, sehr gut zu vereinbaren ist. Und da war meine Erfahrung, die ich bisher sammeln konnte, oder eben auch die Rückmeldung vieler Teilnehmerinnen, und dass dieses Online-Format auch recht gut mit Kinderbetreuung zu vereinbaren ist. Ich glaube, da streiten sich auch die Geister, aber das ist jetzt so ein bisschen die Erfahrung, die ich bisher machen konnte. Es ist dann natürlich auch so, dass ortsverteilte Gruppen gemeinsam fortgebildet werden können. Das ist auch wunderbar. Und es ist auch ein kleinerer, geringerer organisatorischer Aufwand, was zum Beispiel den Fortbildungsraum betrifft. Wenn wir hier in Präsenz die Fortbildungen hatten, haben wir natürlich darauf geachtet, dass der Fortbildungsraum gut aussah. Wir haben Kaffee bereitgestellt, es gab Kekse, es gab Obst. Das sind alles Sachen, die natürlich auch vorher und nachher Zeit beanspruchen. Und dementsprechend haben wir hier auch einen geringeren organisatorischen Aufwand in Bezug auf den Fortbildungsraum verbucht. Ja, kommen wir zu den Nachteilen oder zu den weniger positiven Aspekten. Der erste Punkt fehlt mir wirklich besonders, eben diese Tür- und Angelgespräche, die man sonst hat hier. Frau Lausecker, ich hätte dann doch noch mal eine Frage. Hätten Sie in der Pause kurz Zeit für mich? Aber eben auch die Gespräche mit der Sitznachbarin oder dem Sitznachbar, wo man vielleicht doch noch mal irgendwie nachfragt, hast du das jetzt verstanden oder nicht? Das sind eben wirklich diese Gespräche, die fehlen und die aus meiner Erfahrung heraus auch nicht unbedingt durch Breakout-Sessions oder Sonstiges wirklich aufgeholt werden können. Und das ist für mich auch so mit der größte Nachteil tatsächlich. Und zusätzlich auch, dass der persönliche Kontakt ja auch fehlt. Also generell der soziale Kontakt. Man lernt die Teilnehmerinnen zwar schon gut kennen, aber natürlich noch mal auf eine ganz andere Art und eben doch viel distanzierter als in den Präsenzformaten. Ja, das ist jetzt so ein Punkt, der insbesondere auch zu Beginn unseres digitalen Fortbildungsformates zu verzeichnen war, dass eben nicht alle TeilnehmerInnen mit Kommunikationssoftware vertraut sind und dass hier dann eben auch noch mal ein bisschen Zeit dafür genutzt werden muss, um verschiedene Dinge zu erklären. Ja, ich habe ja schon gesagt, ein geringerer Aufwand bezüglich des Fortbildungsraumes, aber dafür haben wir hier einen viel, viel größeren organisatorischen Aufwand, was Telefonate, Mails etc. betrifft. Ich glaube, das geht uns allen so. Ich würde schätzen, ich habe fünfmal zu viele Mails und telefoniere bestimmt fünfmal zu viel wie davor, da eben dann genau diese kleinen Fragen, die auch in den Türen- und Angeln-Gesprächen normalerweise schnell beantwortet werden können, dann eben über diesen Weg dann eingehen. Ja, was wir jetzt als besonders wichtig aus unserer Zeit zu der Sprachförderprofis online, der digitalen Sprachförderprofis mitgenommen haben, ist eben, dass wirklich viel Raum für Austausch gegeben werden sollte. In den Breakout-Sessions funktioniert das. Wie gesagt, es ist eine Möglichkeit, aber holt natürlich nicht diese wirklichen, ja, Tür- und Angelgespräche auf. Nichtsdestotrotz ist das wichtig, da dadurch eben so ein bisschen zumindest die Pausengespräche oder auch die Gespräche mit der Sitznachbarin vielleicht auch, ja, dann doch eingeholt werden können. Wir geben hier tatsächlich immer noch mal fünf Minuten mehr Zeit für Aufgaben im Vergleich zu den Präsenzaufgaben, dass eben auch hier wirklich, ja, genau dieser Raum für Austausch entsteht. Genau, generell eher Kurzformate, also vier Stunden mit einer halbstündigen Pause haben wir jetzt für unsere Fortbildung angesetzt. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, sind, dass die, ja, die Materialien, die wir bereitstellen, also die Hausaufgaben, die wir geben, die Texte, die wir geben, wirklich auch schon gezielt vorbereitet sind, dass die Teilnehmerinnen damit eben gut arbeiten können und auch genug Zeit eben dann auch für diese, ja, Aufgaben haben. Ja, dann komme ich auch schon zum Ende des Vortrags. Ein ganz kurzer Ausblick. Wenn Sie jetzt Interesse an der Fortbildungsreihe haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail. Da würden wir uns natürlich freuen. Und neue Fortbildungstermine finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Wir sind aber auch seit kurzem auf Instagram. Von daher können Sie uns da auch folgen. Wir würden uns natürlich freuen, wenn wir da noch ein paar mehr Followerinnen gewinnen können. Und dann bleibt mir auch nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich freue mich jetzt auf die Diskussion gemeinsam mit meiner Kollegin Frau Lemmer. Vielen Dank.